So, herzlich willkommen zu Master Builders, nein, falsch, sondern Speed Builders. Speed Builders ist heute erst rausgekommen und ich finde den Spielmodi ziemlich cool. Auf dem mindplex.eu-Server. So, wir kriegen jetzt hier solche Sachen vorgegeben, was wir bauen sollen. Und dann entscheidet der Typ da, wer das am meisten richtig gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, ok, 7, 7, 3, 3, 3, ok. Achso, hä, kann man nicht, kann man nicht fliegen? Das ist ja scheiße gemacht. Das muss ich ja jetzt sagen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt das hier nachbauen, in der Hoffnung, dass wir gewinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und, ja. Und dann, wer das meiste richtig gemacht hat, bekommt halt einen Punkt. Beziehungsweise bekommt keinen Punkt, aber der hat dann hier dann zumindest... Ja, doch. Ich glaube, so irgendwie. Und dann hier. Ups. Time is up. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe es... Ich hoffe, ich werde nicht direkt in der ersten Runde hier zerstört. Ich habe 32%. Oh Gott. Glück gehabt. Der ist schlechter jetzt. Und jetzt explodiert gleich seine Insel. Wie wir sehen, da, ta-da. So, wir drücken mal wieder F. Achso. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Okay. 5 und dann so. Das ist ja eigentlich... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. So, so, so. Das ist ja echt leicht. Also, da weiß ich jetzt nicht, was hier dann falsch sein soll. Perfekt Match. Nice. So, jetzt gucken wir den anderen zu. Die scheinen wohl etwas größere Probleme damit zu haben. Der Seedingsbums hat es auch schon geschafft. Das genommen. Ja. Ich finde den Spielmodi richtig cool. Ja. Das gefällt mir echt. Ja. Wie gesagt, ist heute neu rausgekommen. Der macht echt sauer viel Spaß. Das muss ich echt sagen. Das ist Gott. 100 Prozent. Nice. Wieso bin ich im Spectator Mode? Egal. Oh Gott. Wehe dann auch um meine Insel. So. Ähm. 6. 6. Ich sehe das oben leider nicht. Okay. Auf jeden Fall. Da kommen 9 hin. So. Dann kommt hier, ich glaube ich, zwei Schichten hiervon. So. Jetzt kommen hier jeweils 3. Das müsste ich eigentlich in der Zeit tatsächlich schaffen. Perfekt Match. Schon wieder. Oh. Diesmal haben es viele geschafft. Er schafft es auch. Der schafft es glaube ich nicht. Ja. Der schafft es nicht. Nice. Und jetzt. Ich denke. Ich hatte eine. Ne. Der da hat nicht. Nicole. Ist weg. Und mein Finger schlägt gerade ein. So. So. Hm. Puh. Das schlägt. Das ist. 2. Okay. Das ist ja leicht. Das ist ja echt leicht. Zu bauen. So. Blau ist schon direkt hier. So. Ups. Jetzt habe ich mir auch. Ich habe es versehen. Hier ein Fehler erlaubt. Dann kam weiß. So. Und dann rot. Zum Schluss. Ich bin glaube ich diesmal letzter. Aber. Das macht hier nichts. So. Perfekt Match. Ich war glaube ich. Nicht der erste. Auf jeden Fall. Aber das bedeutet dann. Dass keiner raus liegt. Weil es alle geschafft haben. Das war jetzt ja auch nicht so schwer. Würde ich mal sagen. Aber ich hoffe jetzt mal. Dass ich nicht letzter war. Und dass ich nicht rauskriege. Ach. Glück gehabt glaube ich. Oder? Ja. So. Ähm. Okay. 1. 2. 3. Loch. 3. So. Und dann sowas. Okay. Dann auf jeden Fall so. Hier ist ein Loch. Ähm. Hier war glaube ich das hier. Ähm. Das gleiche. Glaub ich so. Oh Gott. Ich kann jetzt nur noch raten. Dann so. Und. Achso. Ne. Ähm. Oh Gott. Wie viele Leute waren das? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal. So. Oh Gott ey. Ich hoffe das so richtig. Och ne. Ich weiß nicht. Aber ich bin glaube ich besser als der hier. Vorne. Ja. Müsste ich an die 68%. Ja. Okay. Das in der Mitte. Ach so. Ja. Fehlt so. Bisschen. Na ja. Das habe ich noch überlebt. Oh. Ich bin schon mal Top 3. Ich spiele das hier gerade zum zweiten Mal. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Okay. Fangen wir glaube ich damit erstmal an. hier. Mit denen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dann schnell Holz. 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 So. Ups. Da habe ich was falsch gemacht. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. So. Ups. Schon wieder was falsch. So. Oh mein Gott. Das ist ja doch ein bisschen Stress pur. Tatsächlich. Oh mein Gott. Dann möchte ich jetzt mal eben die Punkte hiermit noch zusammen. Was? Hä? Man hat gar nicht so viel. Man hat nur 4 oder was? Ich hatte einfach nicht genügend Blöcke. Okay. Ich bin glaube ich raus. Wie ich sehe. 79% habe ich. Die haben glaube ich 100. Hä? Was hat der denn falsch gemacht? Ach so. Oh ja. Ich sehe was er falsch gemacht hat. Oh der Arme. Na ja. Jetzt bin ich zweiter. Und. Das ist ja. Wohl. Easy. Würde ich mal so behaupten. Denke ich jetzt. Am Ende ist es sau schwer. Ne. So. Der kommt da hin. Mh. Der kam da hin. Kam das da hin. Kam da das hin. Da. Und. Das. Ach so. Ich hab das hier noch. Bäh. Ich glaub. Dann so. Ne. Ups. Jetzt hab ich mich verbaut. So. Hä? Wie war das denn? War das nicht so? Oh Gott. Ich hab irgendwas falsch gebaut. Ne. Ich hab mich doch nicht. Hä? Forst. In friends time? What? Okay. So. 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 so und ich bin jetzt echt unsicher das hat mich jetzt hier verwirrt ich glaube das habe ich verkackt ich dachte das wäre so eine art pause aber das habe ich glaube ich echt verkackt schade mann mann und mann da fliegen die speck date da herum auch man das habe ich glaube ich verkackt ich habe mir die reihenfolge jetzt nicht genau angeguckt ich habe verloren oder jedoch nicht okay das kann ich mir merken tatsächlich so dann so 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 und hier auch noch mal so so und so perfekt match hat das auch geschafft ja ich glaube ja und ich schlage immer zu hallo hallo er hat ein bisschen länger gebraucht als ich habe ich im chat gelesen da hat 16 sekunden ich 15,8 ja auf jeden fall nice von ihm und jetzt kommt das hier das ist ja leicht zu merken tatsächlich ja das müsste ich aber endlich so hinkriegen so es ist mal ich glaube ich das hier ist nämlich am leichtesten so so weil das geht aber ganz schön auf den fingern das muss ich ja mal sagen hier drei waren das ach so in der mitte kommt gar nichts auch ne ne ups geil 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 so glaube ja okay ich glaube da habe ich bisschen rein geschissen auch ist gar nicht so weit gekommen doch mist okay schade 75 prozent aber ich bin glaube ich kaputt ja ich schreib mal gg das war auf jeden fall schönes game wir sehen uns dann morgen wieder und ich kann euch diesen spielmodi echt nur empfehlen der macht echt laune tut dann aber hinterher auch eure finger weh ja so bis dann euer kamito das ist eine positive bewertung da und ciao